In der letzten Sendung haben wir ihre Rock'n'Roll Show gezeigt. Letztes Jahr ihre Mitarbeit bei Konig der Loven. Und jetzt ist sie bei uns im Studio, weil sie sich verabschiedet von Hamburg muss. Herzlich willkommen, Janaina Bianke. Und warum verabschiedet von Hamburg? Das ist nicht wirklich verabschieden. Ich werde in Oberhausen arbeiten, in dem Musical Tanz der Vampir bei Roman Polanski. Ich bleibe da für ein Jahr, ich komme zurück, ich werde eine Pendlerin sein. Meine Familie bleibt hier, mein Mann und meine Tochter. Aber man muss gehen, wo die Arbeit ist. Stimmt. Und was für eine Rolle spielen Sie da? Ich werde Ensemble spielen, das bedeutet Chor. Und ich werde eine Hauptrolle cover. Das heißt, wenn die Person nicht da ist oder krank ist, ich werde die Hauptrolle spielen. Und werden Sie parallele Projekte weitermachen, wie Ihre neue CD, die in der Bearbeitung ist, weitermachen? Ja, ich mache ein paar Projekte weiter. Ich habe ein Duo, Jazz-Duo, Jazz- und Bossa-Duo. Ich habe auch eine Band, Rock-Band. Man muss alles machen, weil wir müssen verschiedene Dinge machen. Das ist wichtig. Und Ihre CD? Ja, im Moment behalten wir eine CD vor, aber das ist ein virtuelles CD. Es wird im Moment nur durch Internet verkauft. Bei Music Load, glaube ich, aber ich bin nicht 100% sicher. Aber es wird virtual gekauft. Neu, ganz interessant. Und was werden wir denn jetzt hören, Janine? Was für ein Genuss, Ihre Stimme hören zu können? Heute, ich werde ein Zostück singen. Das war bei Rita Franklin aufgenommen. Und ich glaube, in den 60er Jahren. So, Chain of Fools. Ich bin gespannt. Viel Glück, dann. Ich bin gespannt. 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 Ich hatte mich woandersetig. Ich bin gespannt. Und ich bin eliminiert. Ich bin five, auch gleich psycho. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir verabschieden uns hier, bis zum nächsten Mal Rupert Brasil bedankt sich für ihre Aufmerksamkeit und freut sich bereits mit Ihnen auf die nächste Ausgabe von TV Ipanema